Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video mal wieder auf meinem Kanal. Und heute geht es nur kurz darum, dass ich euch mitteilen wollte, dass ich jetzt zwei neue Accounts gemacht habe. Der eine Account heißt Seftik und wird mein neuer Hauptkanal werden. Und auf dem Kanal werde ich dann auch weiter Disstricks machen gegen andere YouTuber. Und ja, ne. Auf jeden Fall habe ich dann noch ein paar andere Ideen für den Kanal, aber da seht ihr dann mehr von. Wenn ich die umsetze, ich bin mir auch nicht ganz sicher, was ich da alles mache. Und dann gibt es noch einen Remix-Kanal. Ich glaube, ihr kennt alle den Jodel-Remix-Boy. Ja, ungefähr so wird mein Content dann auch sein. Nur hat ungefähr achtmal so schlecht. Solche Videos würde ich auch machen von irgendwelchen viralen englischen Memes. Eigentlich nur auf Klicks aus. Also Geld ist halt schon das Wichtigste. Ja, aber ich versuche halt auf das Niveau zu kommen, aber ich habe euch zwar erzählt, dass ich viel Musik gemacht habe. Ähm, Qualität ist jetzt noch nicht ganz so. Und sonst, ja Leute, es war eine lange Zeit. Ich versuche wieder Produkt- Produkt- Produk- Produkt- wanna fuck! Jungs, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr natürlich liken. Und äääh, ich habe zwar das vergessen jetzt, abonniert den Kanal. Outro